Okay, Google, spiel meine Trainingswiedergabeliste ab. Spiel das Eier- und Tomatensaucen-Rezept auf YouTube ab. Schalt die Kaffeemaschine ein. Oh Gott, mit Dominos reden. Heute um 15 Uhr hast du Teambesprechung im Büro. Auf Wiedersehen. Die letzte Scheibe. Okay, Google, hör auf meine Münze. Gut, du hast Zeit. Das nächste Lied. Hm, was ist denn Universum? Der Weltraum beginnt ungefähr ein 100 Kilogramm. Dimm das Licht. Stell meinen Wecker auf 6 Uhr morgens. In Ordnung, dein Wecker wurde auf morgen 6 Uhr gestellt. Welches ist der nächstgelegene Stern? Welches ist der Lied. Am passiert sein? Ihr entscheidet sich ... Oh Gott, was hat neitten Euerr? Gewicht?